Ich glaube, ich muss euch was sagen. Ich bin verlobt. Ich habe gestern einen Heiratsantrag bekommen. Und es ist einfach so crazy, weil ich so lange gewartet habe. Aber ich erzähle euch jetzt alles mal ganz in Ruhe. Gestern war ja mein Lounge-Event zu meiner eigenen Kollektion. Und das war wirklich schon ab-badig schön einfach. Meine ganzen Freunde waren da. Ich habe eine Rede gehalten. Wir haben alle zusammen meine Kollektion gefeiert. So, gegen neun war die Party dann zu Ende. Dachte ich auf jeden Fall. Ich habe mich von allen Gästen verabschiedet und wollte dann eigentlich Richtung Auto. Doch meine Freunde haben mich ein bisschen umgelenkt. Ich habe mich schon gewundert, weil da extrem viele Menschen standen. Allerdings habe ich dann einen bestimmten Song gehört. Und dann wusste ich, der Sini hat es gemacht. Ich habe angefangen sofort loszuheulen, weil ich wusste, ich bekomme jetzt einen Heiratsantrag. Der Sini hat mich dann so einen Weg lang geführt. Und dann ist er auf die Knie gegangen. Davor hat er mir noch gesagt, wie sehr er mich liebt. Und dann hat er mir einen Antrag gemacht. Und natürlich habe ich ja gesagt. Da hinten sind auch schon die Rosen, die er mir geschenkt hat bei meinem Antrag. Ich wollte euch einfach nur verkünden, dass ich jetzt verlobt bin. Es war einfach unfassbar schön. Und ich habe richtig tolle Bilder von der Verlobung jetzt auch schon auf Insta gepostet. Die könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Da seht ihr auch, wie der Heiratsantrag ausgeschaut hat. têm euch, wie der Heiratantrag ausgeschaut hat. Vielen Dank.